So, ich würde mal sagen, ich mach jetzt mal hier den Vorplatz fertig. Dass irgendwas mal fertig wird. So, so. Ich fahre mal da rüber. Eigentlich eine coole Welt, dass du mit Leuten zusammenzocken könntest, also communitymäßig. Naja, der Steven hat auch schon gesagt, er wäre dringend dabei. Das nehmen wir auch noch raus. Kann ich von hier? Ne, kann ich nicht. Moment. Umdrehen. Und schauen, was wir den... So. Also die Stone Roads hatte ich dir ja oben hingelegt, ne? Äh, keine Ahnung. In dein Stockpile. Waaah? Ich bin hier mit dem Wald. Warum? So, ich bin mit der Kettensäge gekommen. Ein Bagger kann ich so die Blätter wegmachen. Nee, also es kam nix raus. Hat vorhin mal aus Versehen. Mein Baum erwischt. So, Mord hat's da unten. Na... Das ist nicht so gut, ist Erde in dem, oder? Erde? Doch. Wo? In meinem Karren. Und ist oben im Stockpile nix mehr? Ah, ist das fast Erde. Echt? Oh, warte, dann lad ich da gleich wieder was rein. Weil ich weiß schon die ganze Zeit nicht wohin mit dem ganzen... Mit der ganzen Erde kann ich dir das geben. Warte, dann... Dann nehme ich hier noch Erde raus und dann bringe ich dir das nämlich. Ich bin froh, wenn ich das Zeug los bin. Ich bin froh, wenn ich das Zeug los bin. Oh, jetzt hänge ich an den Baum. So... Oh, was machst du jetzt? Weil ich jetzt beide meinen Wagen umgeschmissen bin. Was gräbst du da, Hund? Weil ich mache jetzt nur schnell den Wagen voll und dann... Fahre ich das alles da hoch. Na, ist er schon voll? Nee. Ich habe mich jetzt auch gewundert. Oh, komm schon. Oh, ich glaube jetzt ist er voll. Oh, scheiße, jetzt ist er schon voll. Die Straße da hoch ist ja leider noch zu eng, sonst wäre ich jetzt mit meinem... Elektromobil gekommen. Also gut, ich könnte mich da schon... Obwohl, ich habe mich doch da letztes auch durchgequetscht. Ja, natürlich, aber das gehört dazu. Kopf stehen ist schon... Ja, ich glaube, das wäre schon sinnvoll. Oh, ist schon leer oder was? Oh, ja. So. So, so, so. Da steht das denn so ein bisschen verloren. So eine Garage für das Auto wäre auch ganz cool, aber das ist halt so groß. Da könnte ich aber eigentlich da hinten eben die Mine bauen. Na ja, mal gucken. Mal gucken, was mir da so einfällt. Wie geht das hin? Oh, Moment. Mir fällt gerade das ein. Ich glaube, Stahl ist gerade nichts mehr. Nee. Schal. Klammer 60. Schal. Klammer 60. Ach, da kann ich nicht. Dann lass ich das aber so. Komme ich jetzt nicht nochmal mit dem Bagger angekackt. Na? Ist die Frage, brauche ich hier noch? Lass ich das denn auch so? Lass ich das denn auch so? Ne, noch nicht. Okay, bis hier hin. So. So, 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 so. So, so, so. Ja, schau, jetzt ist der Steven da und jetzt sind die Schlenzens nicht da. Das wird eigentlich lustig. So. So, jetzt haben wir's gleich. Ähm. So. So, ich bring nochmal Erde. 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 Hast du das schon weg gemacht? Was denn? Krass bist du denn? Die ganze Erde. So. So. So, so, so. So. So, so, so. Ups. Schwung. Warte mal. Das muss ich da raus machen. Das passt jetzt nicht mehr. So, wo mach ich das jetzt hin? Äh. Geh auch mit Freunden weg. Geh auch mit Freunden weg. Dann Steven viel Spaß und vielen Dank für's reinschauen. Wir hören uns. So. Hatte ich nicht noch irgendwo Bricks? Ja, anscheinend nicht, ne? Shit. Shit. Das ist eine Dinge jetzt hin. Ah, da hinten. Aufmentsprechung. So. So, 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 so. Planip. Oh! Da braucht nochmal mortal stone. Betitätsübernahme getroffen hast. Zack, 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 oh ist schon wieder aus. So, da haben wir noch mal Concrete, okay, so, wurde der geschützt? Hui, Lumba, 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 Lumba. Ja, bitte. Ja, können wir machen. Aber die würde ich dann so aus Corrugated Steel oder irgendwas bauen, dass sie so richtig fabrikisch ausschaut, also nicht aus Bricks oder so, sondern so richtig Stahl, braucht man zwar viel Stahl, aber das macht ja nix, dafür schaut es sehr stahlig aus. Nobody knows, suchst dir halt ein Plätzli aus, suchst dir ein schönes Plätzli aus. Wie extra? Ja, das ist gut, weil ich wollte sagen, man muss halt, man muss halt gut hinkommen, also das ist jetzt am anderen Ende der Welt, ist es scheiße. Ach, da ist noch Dreck drin. Ja, aber was hast du denn gegen unsere alte Mine? Ja, und, stört die doch? Warum? Nee, die haben wir doch jetzt schon so schön ausgebaut. Die ist doch eine super Mine. Die ist doch einmal frei, die ist spitze, die ist super toll. Wie, die kann doch gar nix, da ist ein riesiges Mini, wo Zeug drin ist. So, schlimp, schlimp. Hier, da steht ein Pump-Check, eine Raffinerie. Die steht doch nirgendwo drin, wo wir es denn die reinbauen. In ein großes? Nein, die gehört draußen. Der Pump-Check auch natürlich. Der bohrt. Der bohrt noch Öl. Das brauche ich eigentlich nicht mehr, das ist so ein Energieding. Da schmeiße ich Kohle rein, dann gibt es die Energieelektrische. Und da habe ich ja jetzt die Windräder. Das ist so ein... Da muss man so Sachen herstellen, so wie... Also das holt ihr da rein? Ja, das kann man drin, das kann man reinstellen, ja. Oh, was legt das jetzt so? So, das dauert noch. Nehmen wir mal das raus. Ach, hier wollte ich das ja eigentlich da vorne machen. Gibt es eigentlich nur einen Zaun? Ja. Das ist ja kaka. Hier gerne einen schönen Zaun. So für Balkongeländer. Und hast du mal ein Fenster probiert? Oh fuck, ich bin runtergefallen. Stimmt, Framed Glass könnte ich nehmen. Stimmt, du hast recht. Also nicht die Durchsicht, oder? Ne, ne, die Framed, also geraumten. So, da lasse ich mal offen, dass ich da noch hochkomme. Zack. Runder geblümpft. So Lampa. Da hinten noch irgendwie... Ach, da drum. Ich habe schon gedacht, hey, ich müsste doch noch voll viel haben. Habe ich, habe ich, habe ich. Beziehungsweise hätte ich das jetzt gleich von unten machen müssen. Ich tüdel. So geht. Das geht ja gut. Klopp. 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 Ach, scheiße. Hat doch runtergefallen. Eins vielleicht noch. Eins. Ja, das reicht. Das ist schon langsam Hunger, gell? Echt? Ja, du nicht. Du nicht? Du etwa nicht? Du nicht? Du etwa nicht? Hihihi. Zack. Haben wir denn noch irgendwo? Framed Glass. Äh, äh, Kästchen. Framed Glass. Was ist hier? Fiber Glass. Normales Glass. Kein Framed. Wie viel brauchen wir denn? Muss er mal zählen, ne? Eigentlich brauchen wir drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Öf. Elf. 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 Mach ich doch hier. Oder? Ja. Glas. Mist. Ich brauche noch normales Glas. Nice. Ah, hier. Noch mal fünf. Things. Das müsste doch gehen, oder? Ne. Doch. Doch. Müsst ihr nicht hinhauen. Mord Hearthstone. Mord Hearthstone. Stoni. Stoni. Macaroni. Scheiße, das war ja falsch. So, ist der Richtige. Schlempf, 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 schlempf. Äh, was war das jetzt? Zack. Und da brauche ich aber noch Mord, glaube ich. Können wir nochmal ein Stack machen. Äh, l修l, l修l. Nochmal ein Stackii. Vielleicht die zwei Stacks machen sollen. Ich glaube, das wäre sinnvoll. Nochmal 15. Da müssen wir noch ein bisschen ausheben, glaube ich. Glaube ich. So. Oh, okay. 12, 11. Auf die 2 kann ich jetzt auch noch warten. 1, 2, so. Bist du schon am markieren oder was machst du da? Momentan war ich nicht mehr. Hä, ich hätte gedacht, du wolltest noch am Bauplatz schauen. Ja, aber ich schaue gerade, dass ich da nicht sünfe. Also es ist ja weiß, dass ich den verbau. Bist du? Jetzt habe ich einen anderen Platz gefunden. Und schon mal andere. Ach so. 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10. Die müssen mir doch jetzt reichen eigentlich, ne? So. Schau mal hier. Immer frei. Hey, morgen frei. Und hier nochmal. Drecki, Dreckmann. Dahin. Und hinein. Zack. Hm, hm. Vielleicht. Wollen wir das hinbauen. Vielleicht hier. Jo, 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 jo. Es wird, es wird. Es wird, es wird. Wenn ich es wird, 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 wird. What is this? This is Echo. Echo. Wie viel habe ich jetzt gesagt? Elf, ne? Oh, nee. Nicht Bricks. Frame Glass. So. Das kann ich eigentlich auch bis da rüber bauen. Müsste ich mir mal überlegen. So, was hat man jetzt noch? Was hat man jetzt noch zu tun? Na hier, das hat man jetzt gemacht. Shelf. Like that, yes. Oh, yes. Da unten müssen wir auch noch ausbauen. Oh, schnell noch ein Stahl läuft. Mist. Mist. Ich weiß, ihr müsst mehr auch noch sein, boh'n. Hm. so einen weg ja doch ich glaube schon was brauchen wir dafür auch so wieder so eins haben wir noch schlecht wie war das haben wir gar keine mehr ich habe das macht zehn oder 15 den in den in den in den fremden das project complete als ja gut wo sie nie Gläs? Fibergläs? Was sind die hin? Fibergläs? Ach, ne. Ach ne, warte mal. Ne, doch. Was sind die hin? Ach, hier. Ist es. Ja, ist es. Ja, ist es. Ja, ist es. Ach so, das war die Treppe. Die ikle Treppe. Ist was da? Natürlich auch nicht schlecht. Wenn ich mir auf der Karte was markiert habe. Ja, bitte. Dann was? Hm, ob ich das sehe. Das weiß ich nicht. Aber sollte man doch eigentlich, oder? Sonst ist es doch eine Markierung für den Po. Oh. Was hast du denn markiert? Oh, ich habe mir ein Gold vorkommen. Siehst du das hier auf dem? Ja. Ach so. Okay. Oh, cool. Aber es ist ja angehäkelt. Da kannst du trotzdem draufklicken oder so. Und jetzt? Ach so, in der Mitte. Da müsste ich gleich in der Mitte vom Bilden sein. i don't ok jetzt doch erstmal die diese dinge da so kleiner mini balkone balkon balkone sieht man das wirklich überhaupt ja das ist doch schon mal ganz gut das kann ein bisschen schmaler sein aber man will ja nicht mecken eigentlich ja 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 haben sie meinen vorplatz schon gesehen die terrasse machen ach so und hier stimmt deswegen alles gemacht jetzt oder muss ich jetzt dreck rausnehmen wo ist mein auto da ein worgen so schau wie sieht man gar nichts von lauter Gras ja 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 alles beflastert jetzt alles beflastert und hier oben habe ich einen kleinen mini balkon gemacht mit glasumrandung was überhaupt schon mal in meinem haus drin so nicht ein schöner boden darin schaut es noch etwas edel aus oder das ist lamba ja das ist hier der mini balkon das war eigentlich eine gute aussicht welchen unten oder oben als geländer ja was sind mir gefällt ist das weil dann hätte ich hier hinten mit dem haus probleme und mir gefällt dass das hier so ein bisschen in der coole liegt wem will ich erde geben der hat noch erde was tust du da sagt ist es nicht geklemmt von mir wieso kannst du einfach darum fummeln nein weiß nicht vielleicht habe ich das stück nicht geklemmt ja eigentlich schon ich weiß auch nicht warum du nix geht ja ja so wird es wahrscheinlich sein aber ich weiß es auch nicht das ist jetzt mit dem asuribus hatte ich ja gemacht oma 37 oder ist naja so pausenzeit ja ist so wurscht ich habe doch hier so ein schönes licht hier hell erleuchtet hier schönen ausblick auf die auf die umweltverschmutzung ja gut ja gut